Hallo YouTube. Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Days Gone. Ähm, naja. Old Pionier. Hm. Ich würde gerne einen Control-Punkt machen. Genau. Das machen wir auch. Denn, äh, ich brauche ein bisschen was. Ich weiß, wir fahren wieder über die ganze Karte, aber ist mir egal. Und es ist wahrscheinlich eine Horde da. Muss ich auch nochmal essen. Ja. Ja. Ich passe auf. Ne, das hier habe ich doch gereinigt. Genau. Das haben wir gereinigt. Gibt es noch Benzin? Oh Mann, Zug gab es gar nicht. Okay. Danke. Na, nimmst du's? Gute alte Nero Todeszügel. Wirklich eine tolle Idee, Massengräber auszuheben und die ganzen Leichen hierher zu bringen. Aber ansonsten ist sie nix. Ne, ich meine aber vorne bei der Lok hätte ich gesehen. Das ist noch irgendwie Benzin gaben. Ach ne, das war die Scheinwerfer. Mist. Okay, das nicht. Ich habe eine schöne Waffe gefunden. Oh, ein Wolf. Den lassen wir doch nicht liegen. Ja, das finde ich. Weiter. Sag mal, wo fahr ich denn hier? So. Schau, dass man vom Torrad aus nicht fern im Glas gucken kann. Was hier los ist, aber okay. Das ist ja immer was los hier. Da sind welche auf dem Steg. Okay. Kann jemand retten? Na, wie viele Drifter hat der heute schon gekämpft? Ja, das sehe ich auch sofort. Können wir einen wo hinlocken? Das ist schwierig. Ohne vernünftige Waffe. Ohne Zielwasser. Das ist schwierig. Ohne vernünftige Waffe. Ohne Zielwasser. Ohne Zielwasser. Ohne Zielwasser. Der hat die im Wasser geschossen. Der hat ihn im Wasser geschmissen. Der muss bestehen bleiben. Warum läuft der Kerl die ganze Zeit weg die Gegend? Ohne Zielhaus. Ohne Zielwasser. Ohne Zielerson. Ohne Zielwasser. Ich bin nicht einfach. ins Rücken Schuss in den Rücken dafür Okay Ein bisschen Lavendel und keine Ahnung Schritt Okay Was hast du noch Schönes? Nichts Den Lappen könnte ich mitnehmen und ich könnte mal wieder Molotows Hotelherstelle Okay, jetzt sechs Stück immer mit uns tragen Bierflasche fehlt uns Du hast keinen dabei Die Waffe ist Müll Ich weiß Warum nimmst du nicht? Aber Weiter geht's Ich habe schon Schade Konnte mich retten Moment mal Gester hier habe ich anscheinend noch nicht beseitigt Ich weiß Ich bin weg, was du denn? Es ist aber... Was habe ich noch nicht beseitigt? Da haben wir noch was nicht beseitigt. Okay, stellst du mal bitte dein Bike auf, dann schnappen wir uns mal Zedern hoch. Was haben wir denn noch nicht aufgerohnt, verstehe ich? Soll hier noch ein Nest sein? Ich dachte jetzt da, aber ich weiß nicht. Benzin. Ja, finde ich auch. Ah, hier ist auch der Friedhof. Aber ich weiß nicht mal. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht alles. So? No, oh no. wenn ich den truck aus dem weg schiebe dann komme ich da rein ja jetzt war erstmal ja erstmal lagen checken nicht dass wir hier eine horde das sieht wie so ein futterplatz hier aus wir müssen das auto schieben ja so geht's ok schrott oh hallelujah Ja, aber, so, begrüssen wir jetzt. Attempte Freaker, brennt! Two, drei, vier. Neh, fünf! Die, zwei, vier. Die, drei, vier. Die, drei, vier. Die, vier, vier. Die, vier. Ja, wo ist er denn? Okay. Geh essen. Deine Kollegen sind jetzt gut durch. Dann esst du mal ne Runde. Okay. Ja. Wir haben was zu tun. Hier noch. Dann geht das Kabel hier hin. Okay. Wir brauchen gleich Benzin für. Von hier aus geht es da rüber. Das sind doch nicht da drei gewesen. Das glaube ich nicht. In den Bäumen. Okay. Benzin. Wo war Benzin? Bleibt das hier draußen? Oh, ich habe nicht jetzt Benzin gesehen gehabt. Oh, okay. Nichts in den Bäumen, ne? Okay, komm. Dann mal los. Einer mit. Wir haben grünes Licht. Grünes Licht ist geholt. Oh ja. Mal sehen. Oh, okay. Was machen wir denn diesmal? Oh, ein Mikrorekorder. Mayday, Mayday. Wir werden angegriffen. Wiederhole. Wir werden angegriffen. Geben Sie auf. Waffen runter. Nicht autorisieren. Ich bin Offizierin der Bescheidenskarte-Miliz. Dieser Mann dort. Colonel Garrett. Mehr Autorisierung brauche ich denn. Wer? Was machen die denn? Wir befolgen nur Befehle. Tun Sie das auch. Vielleicht nehmen wir sie dann mit uns. Sie legen Sprengladungen. Wir schließen den Highway. Jemand muss diese verdammte Pest aufhalten. Jetzt weg da. Was machen Sie denn? Shit. Runter, runter. Okay. Der Schutz, County Miliz. Ja, ja, das Kind Lisa hat erwähnt, dass sie durch Marion Fox kam. Wo die wohl hin sind? Ja, ein Nero-Injektor. Mal sehen, ob der noch geht. Ähm, ja, wir machen einmal Off-Store. Oder machen wir Gesundheit. Gesundheit, komm. Sehr schön. Oh, sind wir bald auch schon das Ende der Welt. 33 Prozent. Das wird schon schief gehen. Und jetzt? Okay. Sollen wir jetzt mal den bitte ins Friedhof? Ich würde sagen, wir warten bis es Tag wird, also ich bin wirklich da jetzt nicht gepischt drauf. Oh mein Gott, hinter gegen die Tür, wir schlafen, genau, mach mal ein Nickerchen, tagsüber ist es besser, die Herrschaften da, ist das jetzt Tag oder Nacht? Ah, schön. Los geht's. Ja. Gut. Ich bin am überlegen, ob ich das Motorrad hier stehen lasse. Aber es ist ja nicht weit weg. Ach komm, wir rollen da hin. Gut. 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 Nein. So. Und einmal Schnellsprecher. Wir lassen uns jetzt gemütlich rollen. Okay, nochmal speichern. Gut. Zwei von drei haben wir. Ah, okay. Ein Nest fehlt uns noch. Das ist da. Ich glaube, da hatten wir kein Molotow-Kotel mehr. Ach, ich muss durchs Zoo. Ich komme dabei nicht rein. Okay. Mhm. Und ich kann es sehen. Pionierfriedhof, infiziertes Gebiet abgeschlossen. Oh, okay. Ist das schön? Du bist fertig, du verdammt der Fritz. Du bist fertig, du verdammt der Fritz. Du verdammt, du verdammt der Fritz. Du verdammt, du verdammt der Fritz. Ja! Ja! Okay. Ich will die Reste holen. Ich will die Reste holen. Oh, Gott. Das schmatzt irgendwo im Gebüsch. Nun gut. Ich will die Motor zurücklassen. Okay, dann haben wir noch das. Kommen wir, sorry, kommen wir irgendwo. Oh. Oh. Habe ich die abgeschlossen? Okay. Ach, das war das gleiche, wo ich nicht drankam, oder? Oder das? Ich habe keine Ahnung. War das vielleicht in der Höhle oder so? Aber wir gucken mal. Wo ist das da mit der Sprungschanze gewesen? Das kann natürlich auch sein. Ich habe sogar den Verdacht, dass es das ist. Ja, das ist das. Oh, nicht hinkommen. Ohne Benzin. Ohne Sprung, ne? Ohne Sprung, ne? Ohne Sprung, ne? Ohne Sprung, ne? Ohne Sprung. Ohne Sprung. Ohne Sprung. Oh, schnell. Hilfe. Okay. Wo bin ich hier gelandet? Vielleicht stehe ich mitten irgendwo in der Pampa und habe keinen Winzi. Ich sehe es schon, komm. Ach komm. Fahren wir mal. Peter, scanne unten. Das ist interessant. Was denn? Ich will es auch wissen. Also schauen, dass wir ihn wo Benzin herbekommen. Zum Beispiel hier. Ich habe auch mehr Glück als wie Verstand, oder? Ja. Dann weiter. Aber ich würde wirklich liebend gerne meine Waffen einmal austauschen. Mein Tor hat mal halt bei dir. Gut. Hm. Da finden wir da ja wieder Schrott. Oder so. Hm. Nein. Sorry. Ich brauche das Fleisch. Ich will eigentlich keine Schnellreise machen. Da bin ich ganz ehrlich. Koblen hat keine Waffen. Aber da könnte ich zu meinem Waffenschrank hin. Erst nach Koblen fahren. Ich weiß hier wäre das. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Entweder ist das in der Höhle. Oder war das in der Höhle. Keine Ahnung. Ich will unbedingt zum Waffenschrank. Ah ne, das war in der Höhle, ne? Ach, keine Ahnung. Irgendjemand war in der Höhle. Ähm. Wir fahren nach Koblen. Um unsere Waffen dann aufzubessern. Nein. Pssst. Mach doch nicht so einen Blödsinn mit mir hier. Nein. Ich denke, dass wir hier sind. Sonst wird die Bären pflücken. Die Reepern, das wird noch lustig. Ja, so kommen wir uns auch noch. Auf den Kopf. Ich wollte mal so. Mal jumpen. Ich weiß schon, was ihr Arschlöcher vorhabt. Wo hast du das jetzt gesehen? Oben? Nein. Ich bin nicht sicher. Okay, da ist dann bei dem. Okay. Was ist das jetzt? Kann ich jetzt mit dir reden? Kumpel. Mist. Ich hab dir den Popo gerettet. Rede mit mir. Hey. Hey. Oh, der Zug. Ach. 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 Okay. Kann ich jetzt mit dem Typen da unten reden? Oh yes. Ja. Ja, Copeland. Es ist immer sehr leise, oder? Ja. So. 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 Du. So. So. In der Hand. Wer war das? War nicht klug, aber egal. Okay, warte. Geh weiter da rum! Knall sie auf! Knall sie auf! Oh, scheiße! Ah, ist einmal laut. Ach, ich bin auch tot. Okay. Gut zu wissen. Ich dachte, das wären nur mehr so kleine Plünder-Idioten. Aber anscheinend nicht. Wo ist mein Berg? Da drüben. Ich werde dort abspeichern und im nächsten Part nochmal hingehen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ist auch der da. Ja. Oh! So! Gut, ich wollte eigentlich nur zu meinem Bike absprechen. Ja, und damit verabschiede ich mich. Im nächsten Part gehen wir dann da hoch. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentartipps und Tricks immer. Ich würde mich sehr darüber freuen und im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dahin. Adios.